Prüfen. Das ist mein bester Leute. Konrad hat alles okay. Dex. Ist doch gut was. Error. Top. Bury. Graven. Okay. Shank. Dynamo. Gar nichts. Vince. Der hat ja irgendwie was anderes. Die Idee. Gut. Gut, 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 gut. Sieht doch schon schön aus. Bury braucht einen Arok. Warte mal. Nein, nein. Zurück. Erstmal muss ich die Kampftasche richtig vorbereiten. Und anscheinend hat Konrad immer noch das... Nö. Hä? Wollte ich hier Zeug abgelegt? Wie liegt das? Wo ist das C4? Hä? Ich hatte auch noch C4 gekauft. Hm. Ist anscheinend verschwunden. Oder? Warte mal. Habe ich das auch liegen lassen? Hä? Hm. Keine Ahnung. Ist weg. Ich hatte auch mehr in den Fernsehen. Dann hatte ich da noch... noch C4 gekauft. Hm. Jetzt rüsten wir die Dinger erstmal mit Fernsehnern aus. Noch einer. Und TNT. So. Ich verstehe, wieso es C4 verschwunden ist. So. Ich verstehe, wieso es C4 verschwunden ist. Hm. Keine Ahnung. Ich werde auch mit Airo und Konrad hat es schon eingekauft. Hm. Keine Ahnung. Ich werde auch mit Airo und Konrad hat es schon eingekauft. Hm. Egal. So. Was machen wir jetzt noch? Ah ja, ich wollte noch. Auf jeden Fall... Deinem und Beta müssen jetzt auf jeden Fall noch fertig Sachen operieren. Und der Riss kann dann entsprechend halt... Anders sollt trainieren. Warte mal. Wir sind die besten Schauschützen. Conrad und Raven. Trainer in Treffsicherheit. TNT. Gaskett, Airo, Text, Vince, Airo, Schenk, NDA, Barry. Routen in Treffsicherheit. Okay. Trainer in Treffsicherheit. Und Trainer in Treffsicherheit. Trainer in Treffsicherheit. Okay. Dann üben. Üben... Treffsicherheit? Keine Ahnung. So, dann mach ich jetzt erstmal bis die alles fertig repariert haben. Dafür nicht so lange dauern. Hoffe ich. Ich hab den Bogen raus. Ist doch noch... Irgendwo hatte ich noch... Warte mal. Warum würd ich da noch ne Mörsergranate rumliegen, ne? Ich hab ja schon mal eine gefunden. Wo war das? Wo lag die? Hey, hier hätt ich mal die ganzen Laws gelagert, genau. Roar! Da hab ich auch mal TNT rum. Ach, da fällt mir grad ein. Hatte ich nicht auch irgendwas bei dem einen Typen zum reparieren abgegeben? Ich glaube, das hatte er jetzt schon seit ein paar Wochen oder so. Was? Obwohl ich meine Mörsergranate... Ah, da ist sie! Im Krankenhaus. Nice, da kann ich meine Mörser mitladen. Weil ne Waffe ohne Munition ist nützlos. Was? Wir lernen's auch nicht, ne? Das überacht mich nicht. Ich trainiere für Perfektion. Bald bin ich hier der Boss. Hey, grüne Milizen? Hm. Hey, ich passe auf! Ich werde immer besser. Übung macht den Meister. Vielleicht mache ich ja doch noch Karriere. Okay, Tex kann keinem was beibringen. Pfff. Doof. Warte mal, der muss ja immer noch... Funkqualität üben. Kann er das ja machen. Hey, ich passe auf! Hey, ich passe auf! Vielleicht mache ich ja doch noch Karriere. Ich werde immer besser. Entschuldigung, dein E-Mail. Pfff. Ich werde voll zu gespammt. Achso, Speck will Geld haben, okay. Ja, ist ja gut. Du kriegst deine Kohle. Oh, scheiße. Das ist viel, ne? Ja, Text... Text ist ziemlich teuer. Das geht vielmals. Gut. Wie sieht denn aus hier mit euren Werkzeugkästen? Ja, nicht hier. Hier. Oh, sieht nicht gut aus. Okay. Gibt es hier noch irgendwo Werkzeug? Gibt es hier noch irgendwo Werkzeug? Nope. Nope. Ich bestell einfach mal was bei Bobby Ray. Werkzeugkästen. Krass, was verkauft ihr denn hier? Kack, ST3. Yay. Oh, Tarnschall, Tarnhose und so. Nice. Komm, die nehm ich mal Bundeswehrweste, yeah Oh, Males-3-Rucksack Ach ja, richtig, das war der mit den ganz kleinen Fächern, genau Das ist der mit den großen Fächern Ah, nächstes Mal, zwei von Ah, Tims Kampftasche, sehr gut Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht Mal, ob ich das, was ich haben wollte Oh, Light Vision 3 Gekauft Schutzbrillen gekauft Ah, Exogist, sehr gut Und dann wollte ich noch Munition haben für meine zwei Ultrawaffen Wo ist es denn? Was? Verkauft die nicht Die .50, Dinger Okay Hm Was ist das, Tiri, so Gibt es diese Munition nicht? Hm Krass Anfield Das sieht geil aus Ich fahre mal aus Ultimax 100 Zor Oh, Schwerwerfene verkaufen die auch Nice Another RPG-7, da hab ich sogar eine Krakade dafür Gekauft Gut Gut Bestimmt man das mal So schön Gekauft mir die einmal an, sind die Lebensmühle heute Bald bin ich Zu liefern sind nur Leute Das überrascht mich nicht Ich trainiere für Perfektion Alles klar Hey, jetzt geht bei MD ja extrem schnell mit dem Trossicherheitlernen Oh, geht halt kein Wechsel mehr, okay 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 The Trib Ah. Übung macht den Meister. Dies überrascht mich nicht. Ich trainiere für Perfektion. Vielleicht mach ich ja doch ein... Naja, Moskollger auf jeden Fall. Ich lerne schnell. Bald bin ich hier der Boss. Ich traue Sicherheit. Ah, die Nomad hat keine Reperturzeug mehr, okay. Gut, dann... Jetzt habe ich mal diesen altrupp 1. Den altrupp 2. Top 2 kann ich ja jetzt mal... ...zu Fuß... ...durchschlagen. Hm? Moment. Scheiße. ...durchschlagen. 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 ...durchschlagen werden. Ähm, ich tausche einfach Aiwa gegen... ...Beta aus. So. Ah Gas geht da das C4 Okay Wo hatte ich noch Zünder Hm, gute Frage Aber weiß ich zumindest wo der Zeug ist Das könnte theoretisch Barry hat das C4 schon gegeben Könnte er den Fernseher da dran machen Oh Jetzt klappt Hallo Barry Sprengschau für seine Spezialität Kannst du nicht sagen Das hat er nicht schaffst So, jetzt haben wir hier einen Aufklärer dabei Jetzt können wir auch hier durch die Gegend klatschen Hör zu dem Sektor Und die können jetzt mit dem Helikopter Sobald er wieder in Sektor ist